In China braut sich gerade gewaltig was zusammen. Focus Money warnt vor einer Immobilienblase. Eine Lehman-Krise Chinas. Eine Finanzkrise 2.0. Es geht um Evergrande. Das ist ein China-Böller. Und zwar ein verdammt großer. Dieser eine Böller kann einen Börsencrash auslösen. So sagen es zumindest die Medien. Wie realistisch ist das überhaupt? Die Medien machen gerne mal Panik, da sie auf Klicks angewiesen sind. Hm, ich auch. Heute schauen wir uns an, wie gefährlich Evergrande tatsächlich ist. Wie jede Woche kommt zuerst einmal mein aktuelles Megaran-Portfolio. Ich wollte im September 45.000 Euro investieren. Pustekuchen. Ich halte immer noch 64% Cash. Bisher ist nichts draus geworden, weil die Märkte am Gammeln waren. Doch endlich. Es kommt etwas Abwärtssog rein. Halleluja. Dann kann ich mein Cash bald loswerden. Am Dienstag gibt es ein Update dazu. Abonniere meinen Kanal, um das nicht zu verpassen. Als Broker nutze ich unter anderem XTB. Ich streue meine Investments auf mehrere Depots, um von verschiedenen Vorteilen zu profitieren. XTB nutze ich wegen den zahlreichen Auslandsbörsen. Ich kann dir direkt an 16 internationalen Börsen Aktien kaufen. Ich habe die XTB unten im ersten Kommentar verlinkt. Du findest dort alle wichtigen Infos zum Broker. Die heutige Lage erinnert ein bisschen an die Finanzkrise. Wir hatten damals genauso eine längere Börsenrallye. Nach der Dotcom-Blase ging es immerhin gute 5 Jährchen hoch. Die Märkte sahen so aus, als würden sie die Allzeithochs zu Jahrtausendwende angreifen. Doch dann, nun ja, plopp. Die Blase platzte. Heute haben wir eine noch viel, viel, viel längere Aufwärtsbewegung hinter uns. Es scheint sich ein neuer Plopp anzubahnen. Aber woher soll dieser neue Plopp kommen? Von Evergrande. Wer ist dieser Gigant? Evergrande ist das zweitgrößte Immobilienunternehmen Chinas. Man verkauft und entwickelt Wohnungen. Soweit, so gut. Leider der Konzern zahlreiche Problemchen. Das Grundübel sind die enormen Schulden. An ihnen könnte Evergrande zugrunde gehen. Man hat 305 Milliarden Dollar Schulden angehäuft. Um sie zu drücken, hatte das Management zuletzt eine super duper Idee. Man bot Wohnungen 25% günstiger an. Nein, keine fertigen Wohnungen. Sie werden erst noch gebaut. Insgesamt sitzt Evergrande auf 1,2 Millionen unfertigen Immobilien. Die chinesischen Käufer haben eine Anzahlung geleistet und warten nun auf den Baubeginn oder die Fertigstellung. Geht Evergrande pleite, würden manche so gut wie gar nichts für ihr Geld erhalten. Und das war erst der Anfang. Der Immobiliengigant ist ein Fass ohne Boden. Evergrande wird als Immobiliengigant bezeichnet. Doch es steckt viel, viel mehr dahinter. Wir haben hier ein Konglomerat. 200.000 Arbeitsplätze hängen am Immobilienbusiness. Eine ganze Menge, nicht wahr? Aber pass auf, indirekt hängen weitere 3,8 Millionen dran. Also durch Zulieferer und so weiter und so fort. Man mischt bei Trinkwasser, elektrischen Fahrzeugen, Versicherungen und vielem mehr mit. Das Konglomerat ist wie eine Krake, die ihre Tentakel in allen möglichen Richtungen ausgestreckt hat. Die Beteiligungen sind in über 200 Tochterunternehmen verschachtelt. Sie haben gegenseitige finanzielle Verpflichtungen. Wir als Europäer haben da keinen Durchblick. Und genau das macht Evergrande so gefährlich. Explodierter Konzern wegen seinen Schulden explodieren nicht nur die 1,2 Millionen Anzahlungen. Es explodieren die ganzen Tentakel drumherum. Dabei gibt es ein gigantisches Problemchen. Die PBOC, also die chinesische Volksbank, hat 14 Milliarden Dollar ins Bankensystem gepumpt. Das Geld wandert nicht direkt an Evergrande. Das darfst du auf keinen Fall falsch verstehen. Es wandert ins Finanzsystem. Evergrande hat bisher keine Staatshilfen erhalten. Das Geld dient der allgemeinen Absicherung. So möchte man einen Finanzierungsengpass verhindern. Das soll den Dominoeffekt vermeiden. Bricht Evergrande zusammen, fallen nur ein oder zwei Domino-Steine. Aber nicht alle. 14 Milliarden sind ein Statement. Zuletzt wurde so viel zur Corona-Krise reingepumpt. Die chinesische Regierung sieht hier eine echte Bedrohung. Das Geld wird nicht nur wegen Evergrande benötigt. Wir haben saisonbedingt einen Anstieg der Nachfrage nach Bargeld. Trotzdem ist der Löwenanteil ein klares Statement. Die PBOC sieht eine Bedrohung. Wir haben ein Geldspritzchen von 14 Milliarden Dollar im Vergleich zu 305 Milliarden Dollar Schulden. Das ist so ein bisschen wie der Tropfen auf dem heißen Stein. Das Geld hilft kurzfristig weiter. Sollte Evergrande aber tatsächlich explodieren, reicht das nicht aus. Der Immobilienriese ist leider auch nicht allein. Die letzten Jahre gab es einen gewaltigen Immobilienboom in China. 2018 hat die Chengdu South Western University eine Studie durchgeführt. Geschätzt 50 Millionen aller Wohnungen in China stehen leer. Das sind rund 20% aller städtischen Wohnungen. 22% der chinesischen Haushalte besitzen mehr als eine Wohnung. Stell dir vor, was passiert, wenn diese Blase platzt. Wir haben viele leer stehende Wohnungen. Wir haben Eigentümer, die massiv in Immobilien investiert sind. Plopp. Platz die Blase ist die Geisterstadt, Shangyung nichts dagegen. Damals gab es Korruptionsvorwürfe. Deshalb wurde dieses Projekt 2014 von den Behörden eingestampft. Heute lebt hier kein Mensch. 700 Wohneinheiten wurden verkauft. Die sind nun nicht mehr bewohnbar. Aktuell Todeskapital. Und jetzt nimm Evergrande zum Vergleich. Da haben wir 1,2 Millionen unfertige Immobilien. Über eine Million Menschen warten darauf, in ihre neue Wohnung einzuziehen, sie zu vermieten oder was auch immer. Was machen diese Menschen nun? Sie wollen natürliche Geld zurück. Aber wo zur Hölle soll dieses Geld herkommen? Es wird nicht mehr gebaut. Evergrande kann viele Lieferanten nicht mehr bezahlen. Deshalb stehen die Baustellen still. George Soros hat bereits davor gewarnt. Er sieht den Immobiliensektor als größte Schwachstelle Chinas. Und da insbesondere den Wohnungsbau. Also genau das, was Evergrande macht. Die große Preisfrage lautet nun, springen die chinesische Regierung als Retter ein? Darüber wird gerade heftig gestritten. Manche sehen das Unternehmen als too big to fail an, andere nicht. Zuletzt ist die Regierung politisch rigoros vorgegangen. Die private Bildungsbranche lässt grüßen. Deshalb ist es durchaus möglich, dass man ein Exempel statuiert. Man zeigt den anderen Wohnungsunternehmen, dass es so nicht weitergeht. In Europa oder den USA wäre die Sache einfach. Natürlich wird gerettet. China tickt jedoch anders. Es ist ein Exempel in Leitvariante möglich. Evergrande geht pleite. Die 200.000 Angestellte werden aber nicht heimgeschickt. Man koordiniert mit den Behörden, wie man die Wohnungen dann fertigstellt. Das Exempel an der Wohnungsbranche wäre trotzdem gesetzt. Unternehmen müssen die drei roten Linien einhalten. Als Beispiel die erste Linie. Das Verhältnis der Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten muss unter 70% liegen. Evergrande kann keine einzige der drei Vorgaben einhalten. Deshalb wäre ein Exempel konsequent. Es würde zum harten politischen Vorgehen der letzten Wochen passen. Ach ja, liebe Tagesschau. Es ist extrem peinlich, wie er sinnvolle Vorgaben als chinesische Propaganda abwertet. Das waren die wichtigsten Punkte, die du wissen musst. Fassen wir diese wirren Gedanken einmal zusammen. Zuerst einmal, wir haben eine große Unsicherheit. Am 20. September muss Evergrande Kredite blechen. Laut der chinesischen Wohnbaubehörde kann sie diese nicht zahlen. Das Unternehmen muss entweder gerettet werden oder geht pleite. Niemand weiß, was die chinesische Regierung machen wird. Das ist wilde Spekulation. Wenn du dich durch die Medien wühlst, argumentieren manche Anisten so, die anderen so. Es gibt keine klare Linie. Ich spekuliere einmal wild. Zuletzt hat die chinesische Regierung keine Lollis verteilt. Sie ist hart gegen Tech-Konzernen vorgegangen. Ein Exempel würde wunderbar zur Strategie der letzten Wochen passen. Im Wettbüro würde ich aufs Exempel wetten. Als Aktionär ist es mir egal, welches Szenario eintritt. Ob Exempel oder Rettung. Ich glaube nicht an einen gigantischen Börsencrash. Eine Pleite würde vor allem China selbst treffen. Der Löwenanteil der 305 Milliarden Dollar Schulden steckt bei chinesischen Staatsbanken. Und noch ein weiterer Punkt. Fakt ist, kein Crash wurde bisher wissenschaftlich richtig vorhergesagt. Ich höre überall ökonomische Spekulationen. Die Finanzkrise hat aber keiner kommen sehen. Mein Nummer eins ist, dass es eine totaler, totaler Abdication von persönlichen Responsibility gab. Okay, okay, dieser nette Herr hier. Doch die Hochschule-Elite hat nicht davor gewarnt. Deshalb lasse ich diese politischen Spekulationen. Ich reagiere lieber, anstatt zu agieren. Im Optimalfall kommt ein Exempel. Das sollte die Märkte kurzfristig enorm belasten. 5-10% runter in 1-2 Wochen sind absolut möglich. Die Medien fangen groß zu heulen an und machen noch mehr Panik. Perfekt. Das sind dann die besten Einstiegskurse. Ich würde meine ganzen 45.000 Euro in diesen Bereich investieren, sollte dieses Szenario kommen. Der Crash sollte eher zu einem kleinen Teil zu uns rüberschwappen. Ich glaube nicht an einen großen Börsencrash. Warum? Ganz einfach. Unsere westlichen Medien haben das Problem erkannt. Wenn die Medien ein Problem erkannt haben, ist es kein Problem mehr. Dann ist es in den Kursen eingepreist. Es gibt höchstens eine kurzfristige negative Übertreibung, worauf ich auch spekuliere. Größere Crashs kündigen sich niemals offensichtlich an. Sie kommen völlig unerwartet. Dir hat das Video gefallen? Dann gib mir jetzt einen Daumen hoch. Das ist extrem wichtig für den Algo und bringt es nebenbei positives Börsenkarma. Danke dir und denk dran!